Ein neues App-Update ist draußen, was uns einen Hinweis geben könnte darauf, wie die App in Zukunft aussehen könnte. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die Drop-Details an vom bevorstehenden Jurassic Park Drop. Unter anderem schauen wir uns auch den nächsten James-Bond-Collectable Drop an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen aufbord, ich bin's dein Captain, dein Vivi Uchi mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Heute auf jeden Fall wieder mit einem neuen Video am Start und deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein jetzt ins Video. Zu Beginn des Videos ein kurzes Announcement für den nächsten Livestream und zwar nämlich am Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit. Werde ich wieder live sein mit Enrico und auch Chris Vivi reisen. Dort werden wir unter anderem den 11. Collector Talk führen und wir werden hier über die Addiction Comics sprechen und wie wertvoll sie wirklich auch in Zukunft werden könnten. Unter anderem werde ich dort aber auch noch was verlosen, deswegen solltest du auf jeden Fall am Start sein. Es gibt ein weiteres App-Update und das kann uns möglicherweise Insights geben, wie die App in Zukunft aussehen könnte. Man muss aber dazu sagen, es war jetzt kein großes Update. Wir haben ja eigentlich nur ein paar Fixes und auch Improvements gesehen, aber auch ein neues Design vom MCP. Wie man hier sieht, wurde das ganze Design komplett geändert. Ihr seht jetzt hier auch, das ist ein Screenshot jetzt aus meinem Account und wir haben hier natürlich einfach mal neue Farben. Wir haben hier eine komplett neue Ansicht bekommen für die MCP-Punkte und das könnte erstmal ein Hinweis darauf sein, dass es möglicherweise auch mit MCP bald in die nächsten Phasen geht. Das heißt, dass wir neue Features sehen für das MCP, aber auch tatsächlich auf der anderen Seite ein Hinweis darauf sein könnte, wie die App in Zukunft von den Farben jedenfalls aussehen könnte und insgesamt auch von der Gestaltung. Denn wie man hier sieht, wir haben jetzt hier wirklich einen ganz anderen Typ von Design, wie wir ihn sonst in der App gehabt haben. Es wurde unter anderem auch schon angekündigt, dass wir ein komplettes neues Design in der Web App und ob wir es dann auch in der normalen Mobile App sehen werden, bekommen werden. Und dementsprechend ist das meiner Meinung nach hier ein sehr interessanter Hinweis darauf, wie die App in Zukunft aussehen könnte. Ich werde euch natürlich aber auf dem Laufenden halten, falls es hier zum App Design ein Update geben wird. Und schreibt mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, wie ihr die neue Ansicht vom MCP in der Vivi App findet. Der nächste Jurassic Park Drop steht vor der Tür und der ist meiner Meinung nach wirklich extrem spannend. Stattfinden wird dieser am Samstag um 17 Uhr deutscher Zeit, das heißt hier noch einige Tage hin. Nichtsdestotrotz sind die Drop Details draußen und deswegen schauen wir uns die auch direkt mal an. Als erstes bekommen wir das wirklich ikonische Jurassic Park Gate und das sogar tatsächlich interaktiv, wo man das Tor auf und zu machen kann. Ich persönlich finde dieses Gate extrem cool und werde es mir definitiv auf dem Secondary Market holen. Das Ganze wird eine Ankrammung sein und eine Editionzahl von 2.993 Stück haben, unter anderem einen Listenpreis pro Blindbox von 35 Gems. Ansonsten ist das Ganze natürlich aber auch hier eine First Edition. Kommen wir zum nächsten Collectible und das wird hier der T-Rex sein. Der wird eine Rare sein und auch wieder interaktiv sein. Hier kann man entweder zwischen diesem Design oder zu einem Knochen- bzw. Skelett-Design wechseln. Finde ich persönlich eine sehr, sehr coole Sache und werde ich mir auch definitiv auf dem Secondary Market holen. Da haben wir eine Editionzahl von 1.993 Stück, außerdem natürlich auch wieder hier eine First Edition. Als nächstes haben wir dann hier noch ein weiteres Collectible und zwar nämlich Baby Velociraptor in Egg. Und das Ganze wird ein Ultra sein, animiert mit Sound an dieser Stelle. Ich habe es in meinem letzten Video auch schon mal gezeigt, wie das Ganze aussieht. Das heißt, wenn du es noch nicht gesehen hast, spring aber ein Video zurück und schaust dir dort an. Hier haben wir eine Editionzahl von 1.393 Stück, außerdem natürlich eine First Appearance. Als nächstes haben wir dann hier noch eine Seagujer und das wird einmal hier so eine Fliege oder eine Mücke sein, die in Bernstein gefangen ist. Hier haben wir eine Editionzahl von 1.993 Stück, unter anderem auch eine First Edition. Wie ihr es vielleicht schon gerade mitbekommen habt, ich habe sehr häufig gesagt, ich kaufe mir das dann im Secondary Market. Denn ich persönlich denke, dass vieles davon wirklich auch unter Droppreis gehen wird. Auch wenn wir hier eine 35 Gems pro Blindbox haben, glaube ich persönlich, dass vieles davon aufgrund der Edition Size unter Listenpreis fallen wird. Von daher für mich persönlich jetzt kein Drop, den ich mitnehmen werde, aber ich werde mir definitiv die Collectibles im Marketplace holen. Kommen wir zum nächsten James Bond 007 Collectible Drop und dieser wird am Sonntag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit stattfinden. Und zwar nämlich mit Accessoires, die hier droppen werden. Kann man an dieser Stelle halten, was man möchte davon. Schreibt mir auf jeden Fall aber auch gerne eure Meinung hier nach dem Artikel unten in die Kommentare. Wir schauen uns das jetzt mal ganz kurz als erstes an. Wir bekommen hier nämlich ein interaktives Jetpack als erstes. Dieses kann man dann im Prinzip steuern, beziehungsweise fliegt von oben nach unten. Ist jetzt nichts Besonderes. Das Listenpreis hier 20 Gems pro Blindbox, eine Edition Size von 2007 Stück. Das Ganze wird außerdem eine First Edition sein, natürlich. Ich glaube auch insgesamt, dass dieser Drop tatsächlich nicht ausverkauft gehen wird. Einfach weil diese Accessoires jetzt nicht so begehrt sein werden. Als nächstes haben wir hier dann eine Laser Gun from Moonwreck 1979. Das Ganze wird eine Ultra sein, interaktiv sein, beziehungsweise kann schießen. Und wir haben eine Edition Zahl von 1007 Stück, unter anderem natürlich auch eine First Edition. Als letztes haben wir dann hier noch ein weiteres animiertes Collectibles. Und zwar nämlich Specter Ring from Specter aus 2015. Hier eine Seaguller und eine Edition Zahl von 777 Stück. Für mich persönlich auf jeden Fall kein Job, den ich mitnehmen werde, weil ich einfach davon ausgehe, dass es A unter Listenpreis fallen wird. Auch wenn es relativ günstig ist. Aber nichtsdestotrotz für mich persönlich auch einfach sehr uninteressante Collectibles. Schauen wir uns außerdem ein paar weitere spannende Daten an, denn der WWX Tracker ist nun wieder online und auch aktuell. Ihr seht jetzt hier, gestern wurde das Ganze zum letzten Mal aktualisiert. Dementsprechend können wir uns auch hier direkt mal anschauen, was ist denn jetzt hier eigentlich über die New York Comic Con passiert. Wie viele neue User und aktive Wallets hatten wir denn eigentlich da? In der Spitze hatten wir an der New York Comic Con in etwa am Sonntag eine Spitzenanzahl von aktiven User von 11.498 Stück, also knapp 11.500 Leute. Und wir hatten hier auch einen Zuwachs von 112 neuen aktiven Wallets, was darauf schließen lässt, dass wir auf jeden Fall hier auch mit der New York Comic Con einige neue User bekommen haben. Man sieht jetzt hier tatsächlich leider nur am 14. Also auch einem Tag der Comic Con hatten wir gerade mal 22 neue aktive User und hier am 13.10., wo auch schon die New York Comic Con war, auch nur gerade mal 18 neue Wallets, was darauf schließen lässt, dass wir hier insgesamt gerade mal ja wirklich relativ wenig Leute eigentlich wirklich dazu bekommen haben. Insgesamt reden wir dann hier vielleicht von gerade mal ja unter 200 Leuten, die sich wirklich in der App angemeldet haben, also nicht wirklich spektakulär, was mich persönlich ein bisschen traurig stimmt, da ich damit gerechnet habe, dass wir hier deutlich mehr sehen werden. Aufgrund der Aussage von Eagle Eye, beziehungsweise einem der Discord-Mods, unter anderem der auch dort vor Ort waren, war, der meinte, dass sehr, sehr viele Leute sich auch angemeldet haben. Anhand der Daten sehen wir aber tatsächlich leider, dass es hier wirklich um unter 200 Leute handelt, die wirklich sich die App auf der New York Comic Con runtergeladen hat. Wie viele Leute sich natürlich dann im Nachhinein wirklich noch die App runterladen, können wir natürlich nicht wirklich tracken. Wir sehen aber natürlich auch, dass es hier dann nochmal einen kurzen Peak ab am 17. genauso wie am 24. Oktober mit etwa 40 neuen Wallets, die dazu gekommen sind. Ob das natürlich jetzt aber Bots sind oder wirklich neue User, können wir an dieser Stelle nicht sagen. Ansonsten schauen wir uns nochmal ganz kurz hier an, was bei den größten Wahlen denn momentan eigentlich so abgeht. Wir hatten hier am 27. Oktober wahrscheinlich mit einer der höchsten Akkumulationen von Wahlen jemals. Denn insgesamt wurden 10.470 Collectibles hier am 27. Oktober gekauft von den Wahlen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, welche Wahlen denn hier was gekauft haben, dann sieht man hier schon mal etwas sehr, sehr Spannendes. Denn wir haben hier einen komplett neuen Wahlanschein bekommen, der wirklich insgesamt knapp 9.991 Collectibles netto Akkumulationen hatte. Und das innerhalb nur eines einzelnen Tages ist schon wirklich sehr beachtlich. Nun gibt es nochmal ein ganz kurzes Update zu den 10.000 Collectibles, die innerhalb eines Tages gekauft wurden. Ich habe nämlich einen Tweet verpasst und auch mal reingeschaut in das Wallet selber, was denn dort eigentlich stattfindet, weil es mich einfach interessiert hat. Ich wollte es erst am Donnerstag machen, aber weil das Thema schon sehr, sehr komisch ist, einfach wollte ich das einfach auf jeden Fall hier nochmal dem Video anfügen. Wir werden aber nochmal explizit darauf auf jeden Fall am Donnerstag im Detail eingehen. Aber was erstmal sehr, sehr merkwürdig ist, wir haben es hier mit einer Wallet zu tun, die auf dem Mutterscan auch zu finden ist. Und jetzt kommt das Spannende hier eigentlich auch. Wir haben hier eine extrem seltsame Historie, was die Collectible Transfers, wie auch ja im Prinzip Minden teilweise angeht. Wir haben hier auf der einen Seite manchmal bei den von Transfers überhaupt gar keine Adresse, dann wieder zu wieder auch komische Adressen. Das müsste hier eigentlich eine Vivi Wallet sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber was dann sehr, sehr kurios wird, irgendwie, dass hier unten, wenn man weiter scrollt, auf jeden Fall dann Minz auch stattfinden, wo tatsächlich gar nichts zu finden ist, von wem das kommt und zu wem das überhaupt ging. So wie ihr hier auf der rechten Seite seht, wir haben hier überhaupt gar keine Metadaten zu dem Collectible selber, was auf der anderen Seite auch wieder sehr merkwürdig ist. Es scheint so, als wäre das ein Vivi Wallet, aber es sind trotzdem sehr, sehr seltsame Transaktionshistorien hier auf dem Mutterscan zu finden. Ich werde euch natürlich auch unten einmal die Adresse dazu in die Videobeschreibung packen. Aber für mich persönlich trotzdem ein doch interessanter Fall hier, wie diese Wallet so von nichts plötzlich einfach mal 10.000 Collectibles akkumuliert hat. Man muss dazu auch sagen, 10.000 Collectibles zu akkumulieren, braucht natürlich auch eine lange, lange Zeit, um das Ganze auch zu kaufen. Deswegen verschärft sich auch hier auf meiner Seite eher der Verdacht, dass es sich um eine Vivi Wallet handelt. Aber ganz bestätigen können wir das natürlich nicht ohne Vivis Beihilfe. Ich habe dazu auch natürlich im Tweet erstmal hier um die Stellungnahme von David oder auf dem Team gefragt, ob wir da was bekommen. Ist natürlich die andere Sache. Aber ja, wie man hier schon sieht, es gibt auf jeden Fall einige Leute, die das natürlich auch anzweifeln. Auch zu Recht muss man ganz klar sagen. Ich habe nicht vorher reingeschaut in das Wallet, bevor ich das Ganze gepostet habe. Das war auch von meinen Seiten auf jeden Fall ein Fehler. Denn so hat man natürlich hier leider ein bisschen Missinformationen verbreitet. Denn es handelt sich wahrscheinlich nicht um ein Wallet, was von einem Whale ist, sondern wahrscheinlich tendenziell eher um ein Vivi Wallet, was noch nicht vorher mit einberechnet wurde. Weil es halt so schnell dann plötzlich gekommen ist. Ich werde euch natürlich aber dazu auch am Donnerstag nochmal ein ausführliches Update geben, wenn wir dazu eventuell sogar eine Stellungnahme von Vivi bekommen. Kommen wir als nächstes zum Omi-Token. Denn hier möchte ich auf jeden Fall auch nochmal gerne ein Update geben. Es ist nämlich momentan wieder am Fallen. Du siehst jetzt ja auch schon, 2,6% ist das Gesamte in Minus. Wir haben hier wieder auf jeden Fall die 8,0 gebrochen und sind jetzt wieder bei 7,9% angelangt. Und insgesamt sieht man auch, dass es hier auf jeden Fall momentan seit dem letzten großen Pump stetig nach unten geht. Und wenn man sich das jetzt hier auch nochmal im Tageschart ansieht, dann sieht man, dass es hier auf jeden Fall ein weiteres Low gegeben hat. Ich persönlich gehe momentan jedenfalls davon aus, dass wir tatsächlich hier nochmal in diesen Bereich kommen könnten beziehungsweise auf jeden Fall hier nochmal angelangt könnten. Wie lange wir uns dann hier wirklich aufhalten im Bereich von 0,0066? Das ist natürlich die andere Frage. Aber ich persönlich gehe momentan davon aus, aufgrund dessen, dass wir hier ein Tiro Slow gebildet haben und hier oben ja mehrmals sogar reagiert haben und abgelehnt wurden, dass wir tatsächlich hier weiter nochmal nach unten gehen werden, die Liquidität holen werden und dann möglicherweise auch mit dem Release von weiteren OUP-Features und zum Beispiel auch einem steigenden Bitcoin-Kurs hier eine weitere Rallye nach oben sehen können. Das Ganze ist aber natürlich an dieser Stelle nur meine Meinung. Das möchte ich ganz klar betonen. Und dementsprechend solltet ihr jetzt nicht nach meiner Meinung handeln. Ich habe auch keine Glaskugel, deswegen handelt ihr bitte eigenverantwortlich. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne einen Like und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.